Unsere Inspiration of the Week dreht sich dieses Mal um ein aktuelles, wichtiges Thema und einen deutschen Star, der sich dafür stark macht. Rapperin Shirin David äußerte sich auf Instagram zum Thema Slutshaming. Darunter versteht man das Beleidigen von Menschen, die sich in Bezug auf Sexualität anders verhalten oder anders aussehen, als es die Gesellschaft von ihnen erwartet. Shirin schreibt, dass 46% ihrer Community männlich seien und besonders Jungs und Männer wenig mit dem Begriff anfangen können. Außerdem merkt sie an, dass sowohl Männer als auch Frauen Slutshaming betreiben und fragt, warum sich das besonders viele Frauen gegenseitig antun. Dieses Thema ist allerdings nicht das einzige Anliegen der Rapperin. Sie gibt zu, dass ihr von Managern geraten wurde, sich nicht zu Politik, Religion oder Geld zu äußern. Ganz besonders in diesem Jahr und vor allem auch durch die Black Lives Matter Bewegung habe ich verstanden, wie wichtig es ist, sich aktiv und deutlich zu positionieren. Es hat ein Bewusstsein in mir ausgelöst, dass ich nicht mehr einfach sagen möchte, ich bin gegen Diskriminierung jeglicher Art, sondern proaktiv etwas dafür tun möchte. Dann fügt sie noch hinzu, so anstrengend 2020 bis jetzt auch war. Es hat mich viel gelehrt, ich habe viel gelesen. Ich lerne immer noch jeden Tag dazu.